Hallo und herzlich willkommen bei Planet Firework. Ihr Lieben, wir haben endlich Ostersonntag. Das heißt für euch, wir machen heute die zweite Auslosung des großen Ostergewinnspiels hier auf planetfirework.tv. Und ja, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an den großzügigen Sponsor dieser tollen Aktion. Und das ist Pyro Station. Ich hoffe, ihr habt den Shop alle mal besucht. Die Neuheiten werden jetzt noch alle aktualisiert von ihm. Deswegen, ja, falls sich der ein oder andere gewundert hat, warum da jetzt noch nichts passiert ist in der Hinsicht. Ja, es lag daran, dass mit der Seite ein paar Probleme gab und er dabei ist, die zu beheben und die Seite müssen aufzufrischen. Wie gesagt, die Neuheiten werden jetzt alle nach und nach bei ihm im Shop aktualisiert werden. Schaut öfters mal vorbei. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Preislich definitiv. Da hebt er sich gegenüber den anderen Shops oder den meisten anderen Shops deutlich ab. Das kann ich euch sagen. Ich habe schon sehr, sehr gute Erfahrungen mit diesem Shop gemacht. Und ja, wie gesagt, preislich immer top. Und Service stimmt auch. Der Kontakt einwandfrei. Kann man echt nicht meckern. Kann ich euch nur nahelegen. Probiert das mal aus mit dem Shop. Und ja, nur nochmal das in dieser Stelle. Jetzt zur Auslosung dieses Gewinnspiels. Heute verlosen wir das XL Feuerwerk Überraschungspaket. Und wer dort der glückliche Gewinner ist, werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Auslosung. Und ja, starten wir mal. Ja, ich habe natürlich schon mal vorab die ganzen E-Mails mal gecheckt, die bei mir eingegangen sind. Und mir eure Antworten durchgelesen. Und muss euch sagen, was ihr alle richtig hattet, war die Frage 1, die nämlich lautete. Seit wann gibt es den YouTube-Channel Planetfirework.tv? Dort wollte ich das schlichte Datum von euch wissen. Und eure Antwort war der 29.07.2012. Das ist vollkommen korrekt. Und das habt ihr auch alle richtig. Wo ihr euch aber etwas schwer getan habt, ist mit der zweiten Frage. Die nämlich lautete, in wie vielen Kategorien ist das Feuerwerksangebot bei PyroStation.de unterteilt. Und ja, da haben sich manche echt schwer getan. Ich habe da sogar Antworten bekommen, wo dann hieß, vier Kategorien. Und das kann alles nicht sein. Leute, wenn man sich die Frage direkt paar Mal selbst vorliest, erklärt sie sich eigentlich von selbst. Das ist nämlich das reine Feuerwerk gemeint. Und das ist, die richtige Antwort lautet, in 14 Kategorien unterteilt. Nicht 17, nicht 18, nicht 4, nicht 20 und auch nicht 6. Es sind 14. Kategorie 3, also Kategorie F3, Neuheiten 2014, Single Rows, Batteriefeuerwerk, Raketen, Bombenrohr, römische Lichteranzündung, Mittelfeuertöpfe, Leuchtfeuerwerk, Knallfeuerwerk, Rauch, T1 Feuerwerk und Jugendfeuerwerk. Das sind die reinen Kategorien, in denen das Feuerwerksangebot von PyroStation hier auf der Seite unterteilt ist. Und die anderen Unterkategorien, die gehören ja nicht dazu. Die kann man ja nicht zum Feuerwerksangebot dazuzählen. Eigentlich ganz logisch. So, und wie gesagt, 14 ist die richtige Antwort und K88% aller Teilnehmer haben leider die zweite Frage falsch beantwortet. Und die Leute, die ihr jetzt hier seht, das sind die, die beide Antworten richtig hatten. Einmal der China-Böller, einmal der I-Bloody, der Marsman 100, FKW 18 und Pyro 96 King 2. Ja, ihr seid die Glücklichen, die die zwei Fragen richtig haben und also richtig beantwortet haben. Und aus euch, fünf Leuten, werde ich jetzt den Gewinner ziehen für das XL Feuerwerksüberraschungspaket von PyroStation. 3, 2, 1, ab geht er. Ja, super. Pyro 96 King 2, du bist der glückliche Gewinner des XL Feuerwerksüberraschungspaketes von PyroStation. Ja, hier nochmal die E-Mail von Pyro 96 King 2. Hier oben hat er die erste Frage beantwortet. 29. sind wir 2012, korrekt. Und die zweite hast du mit dieser Antwort hier beantwortet, die da lautet, wenn man die untersten sechs Punkte nicht mitzählt, ist das Angebot in 14 Kategorien unterteilt. Und genau so, mein Lieber, muss die Antwort auch lauten. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zum XL Feuerwerk Überraschungspaket. Und ich wünsche dir jetzt schon viel, viel Spaß damit. Wir sehen uns morgen nochmal auf dem Ostermontag zur Auslosung des XXL Überraschungspaketes und mal schauen, wer denn dort der glückliche Gewinner ist. Bis dahin, haut rein, dass es euch gut geht und frohes Ostern und somit auch frohes Fest. Tschaui! Such geht's! Musik 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 Musik